Ganz große Sportvielfalt beim Tag der offenen Tür der Berliner Turnerschaft. Am Wochenende öffnet der Verein die Tore seines Standortes in Haselhorst für Jung und Alt und präsentiert sich mit einem bunten Programm. Vom Kletterparcours über Step Aerobic bis hin zu Tanzeinlagen ist für jeden Sportler und jede Sportlerin etwas Neues dabei. Für viele ist der Auftritt der neuen Abteilung historisches Fechten das Highlight. Es ist auch cool, dass wir sehr viele Programmpunkte hier hatten, also es war gar nicht einfällig. Wir hatten sogar Schwerkämpfer hier, das fand ich auch sehr cool. Das war so cool, weil man sieht das nur im Film und da hatte man so einen richtigen echten Einblick, wie das so war. Doch das ist noch nicht alles, denn die Berliner Turnerschaft legt sich voll ins Zeug, um große und kleine Sportlerinnen und Sportler in Bewegung zu halten. Mit Mitmachangeboten wie dem Purzelbaumwettbewerb oder Gymnastik-Sessions begeistert der Verein seine Gäste. Die Kinder, die haben tolle Parcours gemacht, sind gesprungen, gehüpft, die haben Rollen gemacht. Also wirklich alles, was es gibt und wir werden uns auch auf jeden Fall beim Turn anmelden. Die Veranstaltung ist ein voller Erfolg und das liegt nicht zuletzt an den qualifizierten TrainerInnen des Vereins. Mit ihrer positiven Energie holen sie jeden ab und die Freude an der Arbeit ist ihnen ins Gesicht geschrieben. Mit Menschen zu arbeiten und den Menschen, was Gutes sehen nach der Arbeit, kommen sehr viel gestresst zum Sport und dann merken, wie so die ganze Anspannung abgeht und das ist wirklich schön zu sehen. Die Stimmung in der Sporthalle ist bombastisch. Doch nicht nur die Besucherinnen und Besucher kommen hier in Bewegung. Auch die Showgruppen des Vereins zeigen, was sie bereits drauf haben und werden dabei von TrainerInnen angeleitet, die alle mit sich reißen. Das Team hat es ehrlich geschafft, dass alle aufstehen und mitmachen. Ziemlich wichtig gewesen. Die Berliner Turnerschaft hat mit ihrem Tag der offenen Tür eine tolle Atmosphäre für jedermann geschaffen und jung und alt für die ganz große Sportvielfalt begeistert.